Den Himmel auszutauschen in Photoshop war ja bisher eher Handarbeit und in einem anderen Video habe ich euch ja gezeigt, wie man das mehr oder weniger zu Fuß macht. Mit dem neuen Update auf Photoshop 2021 wurde die sogenannte Neural Engine erweitert und mit Adobe Sensei mehr AI-Funktionen implementiert. Das bedeutet, jetzt ist auch diese Arbeit automatisiert. Ähnlich wie bei Lumina 4, auch hier hatte ich mal ein Video dazu gemacht, kann jetzt auch in Photoshop der Himmel per Mausklick ersetzt werden. Das ist unser Ausgangsbild von Irland. Das war das Originalbild, so wie ich es dort aufgenommen habe. Und da möchte ich gerne hin, denn auf der anderen Seite, man sieht ja hier, es hat ja die Sonne gescheint, auf der anderen Seite waren die Wolken auch so. Nur leider in diese Richtung, wo ich fotografiert habe, waren sie eben so. Leider hatten wir nicht mehr Zeit, darauf zu warten, bis es besser wurde. Es wurde auch nicht besser. Bevor wir gefahren sind, hat es sogar angefangen zu regnen. Und deswegen möchte ich gerne den Himmel austauschen. Beim letzten Video war das Handarbeit. Das wäre hier schon ziemlich aufwendig geworden. Deswegen möchte ich euch zeigen, wie das jetzt nach dem Update funktioniert. Und zwar unter Bearbeiten haben wir jetzt Himmel austauschen. Das ist jetzt dieses neue Menü. Das war vorher nicht da. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, wählt er mir immer den letzt gewählten Himmel aus. Also das war der. Ihr könnt natürlich hier in der Liste verschiedene Himmel auswählen. Selbstverständlich könnt ihr auch neue eigene Himmel hinzufügen, hier über die Plus-Taste. So. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre durchaus auch eine Möglichkeit. Das gefällt mir nicht so gut, weil die Wolke recht groß ist. Die ist sehr dominant über dem Haus. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Und das ist das, wo ich sage, ja, die gefällt mir eigentlich am besten jetzt von diesen Möglichkeiten hier. Hier sind die einzelnen Regler. Kante verschieben. Was hier passiert ist, es wird die automatische Auswahl der Kante nach oben oder unten verschoben. Also wenn ich jetzt hier das schiebe, dann schiebt er das nach unten. Wenn ich jetzt in die andere Richtung gehe, verschiebt er es nach oben. Das betrifft die Maske. Man sieht schon, das haut natürlich nicht mehr hin. Wir kommen mal wieder zurück auf 0. Unser nächster Regler ist Kante verblassen. Und der erhöht oder reduziert den weichen Bereich zwischen der Überlagerung und dem Originalhimmel. Also wenn ich jetzt hier drehe, macht er das ein bisschen härter. Man sieht es hier sehr gut auf der Seite. Und wenn ich das jetzt verstärke, dann kommt der Originalhimmel im Hintergrund noch ein bisschen raus. Man kann das durchaus ein bisschen reduzieren. Das nächste Feld, Temperatur, ist glaube ich selbsterklärend. Also die Farbtemperatur des Himmels. Also es geht hier nur um das Bild von dem Himmel. Können wir wärmer machen oder eben auch kühler. In dem Fall war eigentlich das Originalbild meiner Meinung nach schon okay. Naja, vielleicht ein bisschen wärmer, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Er wählt es eigentlich sehr gut aus. Es macht wenig Sinn hier jetzt herumzuspielen. Denn, ja, es wird beim Größermachen ist es kein Problem. Aber wenn man es kleiner macht, also unter 100% geht, dann sind sofort die Kanten da. Also das nach unten funktioniert es eigentlich nicht so gut. Deswegen ist 100%, also die Auswahl, die er selber getroffen hat, eigentlich sehr gut. Der nächste Punkt ist Spiegeln. Der ist ganz wichtig. In diesem Fall kommt das Licht von rechts und bei den Wolken stimmt es zufällig. Aber manchmal stimmt es eben nicht und dann muss man die Wolken spiegeln. In diesem Fall wäre das natürlich Unsinn. Deswegen schalten wir das Spiegeln wieder aus, weil hier das Licht ja auch von rechts kommt, dass das auch stimmt. Würde man sonst merken, dass das gefakt wurde. Lichtmodus multiplizieren, alternativ negativ multiplizieren. Ich habe jetzt noch kein Szenario gehabt, vielleicht bei Nachtaufnahmen, wo das interessant ist. Aber multiplizieren passt eigentlich immer. Belichtungsanpassung, auch klar. Da geht es jetzt um das Vordergrundbild. Kann man heller oder dunkler machen, bis es halt den eigenen Vorstellungen entspricht. Ich persönlich denke, ein bisschen heller. Farbkorrektur kann man auch noch machen. Also hier gibt es keine direkte Farbe zum Auswählen, sondern da wird da einen eigenen Algorithmus eingebaut bekommen haben, der einfach die Farbe entsprechend anpasst. Und anscheinend ist hier kein großartiger Bereich, der angepasst werden kann oder sinnvoll irgendwas zu ändern ist. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch noch so bleiben. Aber wir sehen uns nachher ja noch den Ordner an, den er erstellt. Und da können wir ja diese ganzen Anpassungen, die wir hier schon vornehmen, nochmal korrigieren, wenn wir das möchten. So, Ausgabe in. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Neue Ebenen oder Ebene duplizieren. Ebene duplizieren heißt, er macht eine neue Ebene mit dem Himmelsbild einfach oben drüber und fertig. Das heißt, mit dem müsst ihr dann leben, er macht sonst nichts. Wenn ihr aber sagt neue Ebenen, das empfehle ich dringend, dann könnt ihr hinterher jede einzelne Ebene, die nötig ist, um diese Anpassung zu machen, nachbearbeiten. Hier ist noch unser Vorschau-Knöpfchen, ist klar. Also so sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Vorher, nachher. Eigentlich ganz okay. Und jetzt drücken wir die Taste OK. Und jetzt erzeugt er uns den Ordner mit den ganzen Anpassungsebenen. Ich kann das durchaus so lassen. Ich finde, die Automatik macht wirklich einen tollen Job. Zumindest bei den Bildern, wo es ich jetzt probiert habe. Es wird mit Sicherheit auch Fälle geben, wo es problematisch wird. Und wie schon angesprochen, haben wir hier eben die entsprechenden Masken und Ebenen, was jetzt die Beleuchtung und die Farbanpassung betrifft. Vom Himmel. So, hier haben wir mal die Helligkeitsanpassung. Können wir hier noch ändern, wenn wir das wollen. Hier ist die Farbanpassung. Hier hat er natürlich keinen Farbtemperaturregler in dem Sinn, sondern Adobe hat es so gelöst, dass mit der Farbtemperatur eben diese Syren, Magenta und Gelbwerte angepasst werden. Das hat für uns natürlich jetzt den Vorteil, dass wir hier das Einzeln anpassen können an die Wolken. Also die Wolken, haben wir mehr Gelb rein, wollen wir mehr in Syren gehen, indem wir hier ein bisschen Grün dazugeben oder halt hier rötlicher oder eben mehr Syren reingeben. So, grundsätzlich ist noch zu dieser Austauschgruppe, in dem Moment, wo die vorhanden ist, ist Himmelaustauschen abgeblendet. Also er tauscht ihn nicht nochmal aus, das ist nochmal Punkt 1. Wenn ich den jetzt wieder entferne, löscht den mal wieder, Gruppe und Inhalt, dann könnt ihr aber wieder von vorne anfangen. Dann ist Himmelaustauschen wieder da. Und der zweite Punkt ist, wenn ihr jetzt irgendwelche Bearbeitungen hier vornehmt an diesem Bild, an der Maske zum Beispiel oder sonst was, dann solltet ihr das nach dem Himmelsaustauschen machen. Oder wenn ihr es vorher macht, Moment mal, ich glaube, ich habe da was vorbereitet. Ja, wenn ihr da, wenn ihr was machen müsst an dem Bild vorher, dann müsst ihr das als Smart-Objekt konvertieren. So, ich habe jetzt mal das Smart-Objekt geöffnet und was ich hier gemacht habe, ich habe hier retuschiert. Also ihr seht hier, waren halt auch Menschen. Das ist ja eine berühmte Sehenswürdigkeit in Irland, die viele Leute besuchen. Und logischerweise ist man da eher nicht alleine, aber es ist so weitläufig, dass man eigentlich selten, ja, dass einem selten Menschen über den Weg laufen. Und die paar, die ich, die hier eben waren, die habe ich hier wegretuschiert. Und somit habe ich natürlich eine neue Ebene gehabt. Und das Problem hierbei ist, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, bearbeiten, Himmelaustauschen, denn das Himmelaustauschen bezieht sich immer auf die oberste Ebene. Ja, und deswegen, mache ich das mal zu, da haben wir nichts verändert, habe ich hier ein Smart-Objekt gemacht und dann erst den Himmel entsprechend ausgetauscht. Jetzt möchte ich das gerne nochmal starten hier. Hier haben wir so einen Himmelspinsel. Das ist immer dann hilfreich, wenn solche Lücken oder so übrig geblieben sind. Und nochmal da näher ran. Und hier kann man verschieben, also das übliche. Und das ist unser Zoom-Werkzeug in beiden Richtungen mit der Alt-Taste Minus, ohne Alt-Taste Reinsummen. Die nächste Möglichkeit, um den Himmel zu tauschen oder zum Beispiel auch einen bestehenden Himmel zu bearbeiten. Also ich will vielleicht gar nicht den Himmel tauschen, will aber eine schöne Himmelsauswahl haben. Ja, da muss ich jetzt nicht Himmel-Austauschgruppe alles löschen und mir nur die Maske aufheben, sondern wir haben jetzt bei Auswahl Himmel dazu bekommen. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dann macht er im Prinzip genau dieselbe Auswahl wie für dieses andere Tool. Und ich kann jetzt hier mit einer Ebenenmaske das auswählen. Dann habe ich nur den Himmel und kann den alleine bearbeiten. Mit einer Gradationskurve, indem ich jetzt hier ein bisschen Kontrast anpasse. Dann kann man hier vielleicht auch Kontrast verstärkt nehmen, dass das ein bisschen stärker ist. So, die Maske nach oben verschieben. Und hier die Maske entfernen. Vorher, nachher. Die kann natürlich logischerweise angepasst werden. Alt-Taste auf die Maske klicken und dann mit dem Abwedler- oder Nachbelichter-Werkzeug hier dann entsprechend die Maske nachverarbeiten. Das war jetzt Himmel-Austauschen mit Photoshop 2021. Nach dem Update wesentliche Erleichterung als früher mit dieser Zu-Fuß-Geschichte, also mit der Handtest zu machen. Meistens funktioniert es wirklich mit einem Klick. Einfach nur Himmel austauschen und den Ordner akzeptieren und fertig. Dann habt ihr eigentlich schon wunderbar den Himmel ausgetauscht. Das war unser Video für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.